Also warum ist das Fleisch eigentlich bei euch auch so schwarz? Ja, ist es. Man kann es trotzdem essen. Das hängt halt schon was länger da. Aber das ist trotzdem noch gut. Aber es ist getrocknet und noch essbar oder sowas, glaube ich. Getrocknetes Echsenfleisch, essbar. So, jetzt gucken wir mal auf die Map, wo denn der Dingenspawnpunkt ist. Wo ist denn der, ja? Ist die Decke denn schon fertig? Nein, aber wir wollen Waschbären finden. Hast du den markiert schon irgendwie? Die blauen Punkte. Wenn du auf der Map guckst, da wo der blaue Standort ist, das sind wir, wo wir sind. Und die blauen Punkte sind die Spawnpunkte von denen. Also hinten an dem einen, wie heißt das? An dem einen See eigentlich. Ja genau, da wo wir die ganze Zeit eigentlich schon Holz hernehmen. Müsste eigentlich was sein. Ich bin ja auch immer noch Holz am Fällen. Wir sollen mal gucken gehen, ob wir da Wreckung noch finden. Ja, ich würde hier eben kurz das Holz, was Emdi da angeschafft hat, hier reinbringen. Oder ins Holzschlager packen, dass das nicht despawnt. Genau, das müsste hier unten bei dem kleinen See sein. Ja, warte mal, ich bin da das Holz noch rein. Ja, wo stehen die Wagen? Vielleicht auch noch einen Wagen mitnehmen. Der eine ist... Ne, auch da. Wäre vielleicht ganz gut, wenn unser Haus fertig ist, damit wir beim nächsten Mal, wenn wir nach Hause kommen, nicht erfrieren, wenn es nach Hause kommt. Hast du irgendwie Cheat an, dass du mit einem Schlag irgendwie... Scheiße. Warte, ich mach dir das andere Tor, oder? Alter, wie macht Emily das, dass sie mit einem Schlag... Machst du irgendwie ein Handkant schlagen, alle Bäume fallen um, oder was? Ne, ich brauch 5, 6 Schläge, dann ist eins... Wo ist Lena? Wahrscheinlich ist ihre Kraft schon over 9000, oder? Ja, ich bin am Tiere töten. Achso. Das war nur ein Eichhörnchen. Wie zu Hause auch. Ziere töten? Ja, okay. Achso, ich kann mal aufstehen, dann solltet ihr mich hier hochsehen. Ja, jetzt seh ich dich wieder. Warum? Wahrscheinlich warum? Ja, verdrückt. Müsste eigentlich, ja, ich hab da auch noch nie welche gesehen, Obwohl ich da relativ oft schon, ähm, Rehe gekillt hab. Ich will noch einen Wagen. Jo. Müsste. Auch noch einer, ne? Ja. Ne, wir haben noch einen, aber der steht auf der anderen Seite. Ja, man kann direkt mal durch, man muss jetzt außen rum, ne? Der müsste aber hier noch durchpassen, ne? Hoffentlich über die Steine. Ei. Alter, wo die ganzen Bäume hier liegen. Ich bin halt fleißig. Uff. Alles gut. Jetzt, wo ich die coole Axt habe, kann ich halt gönnen. Welche coole Axt? Ja, die moderne. Vorher hatte ich ja nur die Flugzeug-Axt. Ja, die hat die moderne Axt noch nicht gehabt, deswegen hab ich dir meine gegeben, ja. Waren wir da nicht mit ihr zusammen in der Höhe? Nee. Oder nicht? Nee, nee. Aber wir sind noch mal in diese Höhle gegangen. Nee, wir sind noch mal nach Hause gegangen. Nee, wir sind zum alten Lagern, da hab ich dir mal eine geschenkt. Ah. Ja, da hatte ich aber auch noch eine. Also... Ja, aber du hattest nicht die alte Axt? Keine Ahnung, irgendeine Axt war da auf jeden Fall. Ja, ich hab ihr mal eine rostige Axt gegeben. Aber wir brauchen noch einen Wagen, nice. Sorry, not sorry. Können wir doch jetzt wieder bitte jagen gehen? Können wir das Haupttour aufmachen? Ja, wir sind ja weggerannt. Ja, ja, ich bin grad wieder unterwegs, hab nur kein Ausdauer mehr. Es wird bald schon wieder dunkel liegen, aber wir sollten vielleicht erstmal schlafen, bevor wir jagen gehen, dann sehen wir eventuell auch mehr. Wo sind Raccoons nachtaktiv? Keine Ahnung. Ist das hier relevant? Hm, Wagen jetzt nicht unbedingt, nee. Ob das relevant ist, weiß ich nicht. Oh, doch weg. Hallo? Hallo? Da liegen noch zwei. Oh, keine Ahnung. Mach ich mich auf den Weg zurück? Mach ich mich auf den Weg zurück? Sag mir jetzt einfach auf die Wagen, oder? Dann solltest du ja auch nicht verschwinden. Eigentlich nicht, deswegen bin ich grad dabei. Okay. Nice. Hab die hier, die hier vorher lagen, ins Holzlager gepackt, da hinten. Ich hatte zwei, die mir den Berg entgegen kamen, von Emily auch schon ins Holzlager gepackt. Hm. Wollten von alleine schon herkommen. Wett. Es war einfacher gewesen, als wenn ich die jetzt so hoch getragen hätte, oder zu einem der Wagen, die etwas weiter entfernt gewesen wären. Holyfuck, sind wirklich alle, ähm, Fellgänger voll? Kommt man an der Stelle nicht rüber? Easy going. An welcher Stelle? Hä? War doch langschillen. Im Haus haben wir auch noch Fell, ne? Ah, obwohl da rutsch mal runter. Ja, ich brauch keins, ich wollte das ablegen. Also. Dann müssen wir halt ein neues Fellding bauen, wenn die alle voll sind. Obwohl das im Haus, glaub ich, nicht ganz voll ist. Wo ist denn das im Haus? Guck mal. Ich glaub, aha. In der ersten Phase. Ich glaub im ersten Stock. Doch, man kommt hier rüber. Wo? Wo bist denn du? Dort bist du. Draußen, äh. Wie kommt man da rüber? An der Seite. Hä? Kannst hier an der Seite langlaufen und da rüberspringen. Oh fuck, jetzt sollte man auch springen. Ja, dann zeig mir mal, wie du rüberkommst. Dann glaub ich ja. Okay, gerade bin ich nicht gesprungen, also bin ich nicht rübergekommen. Wir müssen übrigens noch rausfinden, wie die hier reingekommen sind, die Typis. Ja, genau so. Da hinten. Okay, genau nicht so. Hallo, wo bin ich? Ah, es ist fucking dunkel. Ich weiß nicht, wie die hier reingekommen sind. Vor allem, ich war halt währenddessen auf der anderen Seite, hab die Sachen da drüben gebaut und als ich wiederkam, waren hier auf einmal vier, fünf Leute drin. Oh. Wo ich dachte so, äh, anklopfend ist nicht mehr. Ist das nicht mehr so modern? Heutzutage? Nee. Ist das doch schon viel simpler. Jut, können wir überhaupt nur schlafen gehen? Ich glaub schon, oder? Äh, Leon? Ne, das ist nicht Leon. Nein, das bin ich. Das ist Lena, ich wollte grad sagen. Und Leon war doch der, der Mexikaner. Ja, also langsam krieg ich's auf die Kette. Emily und Marcel sind meine Klone. Leon ist der Mexikaner und Lena ist... Warte mal. Macht mal das Überlebensbuch auf und geht mal auf... Ja. Das vorletzte Register. Meinst du die Blume da? Ne. Also den hab ich gar nicht. Es gibt nämlich so einen Zeitungsartikel über einen, ähm... Schauspieler, der mit seinem Sohn verreist und die Frau ist gestorben. Der Schauspieler sieht ja aus wie Lena. Also wie Lenas Charakter. What the fuck? Hab ich nicht. Ach so, so ein, äh... Ich weiß jetzt, was du meinst, aber ich glaub, ich hab das auch nicht. An den Notizen da. Mhm. Hab ich nämlich auch nicht. Also das hab ich im anderen Lauf. Anderen Run. Huch. So. Sollen wir jetzt mal schlafen gehen? Ja. Gut. Können wir denn? Ja, ja. Konnten wir schon, als wir gespawnt sind. Oh, diese Lampe. Weichern. Jetzt hab ich mir abgebrochen, oder? Drei von fünf. Ja, die, äh... Nachbarn, die immer so laut sind nachts. Vier von fünf. Ich muss erst mal mein Zimmer wieder finden. Na, fünf von fünf. Ja, ich muss jetzt erstmal ja ganz dringend was essen. Ja, Hunger und Durst. Ja. Ja. Auch. Durst gestillt. Hunger auch. Die, das läuft schon im Haus. Ich würde schon immer erst essen, weil Essen kostet immer ein bisschen trinken. Bei mir nicht. Echt nicht? Nee. Krass. Hm. Wertevergleich. Was? Wertevergleich. Geistige Gesundheit? Easy Schmiesi, 100%. 100%. Sicher auch. 100. 50. 100. Stärke. 31,9. 29,6. Das sinkt bei mir irgendwie. 30,4. Wie viel wiegst du, Marcel? Ich wiege 205. 205 wiege ich auch. Ich glaube, wir wiegen einfach jeder 205. Was hast du an Stärke im Leon? 26. 47,3. 3. Uff. Athletik. Athletik. 37,5. 42. 31,7. 35,7. 51,1. Ich bin ja am zweitatletischsten quasi. Wie viele Tage habt ihr überlebt? hier. Ja, halt, ne? 38. 35. 45. 586. 25. 81. 35. So, jetzt gehen wir mal Raccoon jagen, ja? Okay. Wie viele Pfeile hab ich noch? Oh, noch 27. Also, ich hab 39 mit. Also, ich pack mir mal ein bisschen zu essen ein, ne? Wie viel über die Woche den Köcher? Ah, oh. Den hab ich ja aus Versehen gemacht. Irgendwie Fell. Aus Hasenfell und Seil, irgendwie. Hm. Ja, Seile, die man sich ja eh gar nicht selber kaufen kann. Die man sich ja grafen kann. Vielen Dank an, ich hab den Namen leider vergessen. Von der netten Person. Ist sie nicht sogar gefolgt? Ne. Ach, verdammt. War mal jemand anders, gell? Ja. Wo sind denn Seile noch mal momentan? Oben rechts, quasi. Und an den Stein. Aber kein Hasen. Wow, ich hab keine Seile. Du kannst ja aus welcher Kleidung craften. Echt jetzt? Aus Stofffetzen, ja. Wie denn? Fünf. Stoff. Oder sechs. Sieben. Sieben Stoff geben ein Seil. Drei Hasenfell und ein Seil. Drei Hasenfell. Drei Hasenfell. Dann guck ich mal mein persönliches, eigenes Felllager. Wow. Ja, warte. Wir haben gesagt, dass jeder in seinem Zimmer auch was eigenes. Nein, ich hab gerade geguckt, wie viele Hasenfälle ich habe. Und dann hab ich festgestellt, dass ich zwei habe. Wollte nämlich... Ein Hasenfell. Zwei Hasenfälle. Was macht ihr überhaupt aus Seil Hasenfell? Ne. Mist, ich hab kein Hasenfell mehr. Mir fehlt wirklich ein Hasenfell. Willst du mich verarschen? Ach ne, da ist noch eins. Ich hab gerade mal ein Hasenfell. Wow. Ich hab gar keinen. Ich hab eine vorhin aufgehangen. Alle fünf, sechs Stück, die ich noch hatte. Nein, warte. Das sind Hasenfälle. Das sind Wildschweinfälle. Ich hab doch vorhin zwei Hasen getötet. Wildschweihirsch. Lizard. Köcher. Jetzt hab ich an Feilen... Ich bin an Feilen mit 40. 47. Okay, 47. Was denn? Also mehr Feile mit dem Köcher. Ja. Wahrscheinlich bis zu 50. Ja, ich hab ich 228 Federn. Ja, du Snacks, die auch noch weg. 185 hab ich. Die sind wieder leer, die Federlager. Warum nur? Weiß ich nicht. Durch dich wahrscheinlich. Ich würd sagen. So. Bei mir ist... Steht in unserem Lager gerade richtig tief das Wasser. Bei mir nicht. Hä? Hä? Ich laufe gerade auf Wasser. Bei mir ist... Der Boden zwar nass, aber es ist kein Wasser. Ja, Dito. Wirklich, ich habe eine Flussanimation. Dann mach mal ein Foto und schick mal in die Gruppe. Ich hoffe, dass das... Dass man das erkennt. Also man sieht das Gras schon noch durch. Lene hat gerade Tokio Hotel gehört. Ich muss durch den Wonsun. Hinter die Wand. Am Ende der Zeit. Aber jetzt weiß ich nichts mehr. Sorry. Ich weiß, dass kein Regen mehr fällt. Gegen den Sturm. Am Abend und entlang. Warum kennt man das überhaupt nicht? Und wenn ich nicht mehr kann, denke ich... Ich daran. Irgendwann laufen wir zusammen. Zusamm. Hat noch jemand ein Zimmer frei? Ja, wollen wir jetzt eigentlich mal los hier, oder? Ich warte auf das Bild von Lena. Über Lena wohnen, aber... Nein, ich meine sowieso real life. Lena hat ein Video gemacht. Kannst du im Wohnzimmer schlafen? Wow, Lena. Das Video ist echt nicht gut. Ja, besser ging es nicht. Also ich laufe jetzt mal in Richtung Emma und Lena, ne? Ja. Ja, es ist richtig. Ich bin mir sicher, es ist der einzige See hier in der Nähe. Da oben ist noch einer, ne? Es gibt auch noch weiter nördlichen Spawnpunkt. Ganz kurz vorm... Ich fand's mein Ding schön, es gibt einfach fünf Spawnpunkte von denen im Eis. Warte, man sollte vielleicht doch die Tarnrüstung anziehen, ne? Bringt die so viel? Oh, die hab ich jetzt zuhause gelassen. Ich hab auch keine Tarnrüstung. Ich hab sieben Stück an. Da ist auf jeden Fall ein Rehe. Da sind zwei Rehe. Ne, Rehe bringen wir uns nicht viel. Woran erkenne ich einen Raccoon? Wie seh ich das? Wie groß ist das? Wie groß ist das? Wie groß ist ein Waschbär? Ja, aber wie sehen die hier aus? Wie Waschbären halt. Ich hab noch kein einziges gesehen. Ich hatte eins gesehen schon mal. Tito. Oh, ich glaub das fällt jetzt im alten Lager, weiß ich schon gar nicht mehr. Ich bin schon echt nah am Schnee, aber eigentlich müssten hier ja welche sein oder nicht. Ich sehe es einfach verschwunden, wow. Gut, dass ich halb unsichtbar bin. Wo ich ja schon wieder, also ihr Ding jetzt rumlaufen. Ja. Oder ne, das seid ihr beide, die da am rumcrouchen sind. Ach, da oben ist noch einer. Raccoon City. Sehen uns nicht. Oh. Kann ich was sagen. Marcel. Halt, ne? Ja, ja. Ich bin hier ganz alleine. Ganz alleine. Oh, hey Dude. Einer ist... Auf irgendwer bist du da ganz zugerannt. Er... 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 Er sieht mich. Er sieht mich absolut. Er kommt, wie gechillt er auf mich zukommt. Dein Ernst. Der Typ, der endlich angreift. Headshot. Not bad, though. Der Schuss war gut. Ja. Hallo. Huch. Gott. Leon? Ja? Das ist ein Reh bei dir. Ich weiß, was soll ich damit? Ab mit dem Kopf. Oh, das ist der Arm. Na ja, Fleisch, Fleisch, ne? Auch Rehe. Ja, schon, Reh-Ding brauchen wir auch. Reh-Fell brauchen wir auch. Aber die Rehe geben nur ein Fell. Und ich weiß nicht, wie viel Reh-Fell wir haben. Ich glaube nicht sehr viel, glaube ich. Ich hab alle Fälle voll, außer... Außer Hase und... Raccoon. Ja, aber Wildschweine haben wir mittlerweile auch ein paar. Ja, ich hab fünf. Die reichen erst mal. Hier ist noch ein See. Vielleicht ist auch der See hier gemeint? Bei diesem neuen See? An See ist es denn? Ich hab keine Ahnung. In der Nähe von einem auf jeden Fall. Da hinten läuft auch noch einer. Ganz chillig durch die Gegend. Direkt mal markiert hier. Wir sind ja wirklich verdammt selten. Wir können ja nicht sagen, dass die so selten sind. Ich... Versteu nicht. Lauf nicht davon, du hast ein Pfeil von mir gefressen. Oh, da ist ein Reh. Ja. Ihr sollt keine Einwohner jagen. Ne, das war ein Reh. Jetzt ist es tot. Jetzt ist es tot. Hallo Reh. Leon schuldet mir einen Pfeil. Du kannst den haben und du kannst auch das Rehfell haben. Ach Quatsch. Echt? Okay, dann hol ich mir das. Du hast voll Rehfell? Ja. Alles klar. Wofür gibt es immer Felllager? Rehfell. Da kommt Lena, die es absnacken möchte. Ach, ich wollte es abziehen mit ihr Zeit gleich. Achso. Dann hätten wir beide eins bekommen. Achso. Achso. Wie kommen die jetzt raus? Ich weiß es nicht. Mögen die Wasser? Die mögen doch eigentlich Wasser. Ich glaube ja nicht, dass die Wasser mögen. Vor allem, wie gesagt, kann man sagen, dass die erst nachts rauskommen. Weiß ich halt nicht. Das glaube ich halt eher. Weil die sind doch so nachts unterwegs, oder nicht? Und fressen alles durch. Ach, Freundin. Horace, wickeln wir mal. Feierabend hier jetzt. Blöde Bitch. Okay. Nein! Doch. Oh. Auf die Nähe einen Headshot verkackt. Vielleicht kriegst du nur du hin. Lena ist richtig gut getarnt, den Baum da. Das ist schon wieder ein Reh. Ja. Duing. Es stirbt. Du hast einen Pfanne in den Kopf gekriegt. Wie kannst du denn noch reden? Oh. Dann ran der wieder weg. Ich finde es so schön, dass einfach Wildschweine mit einem Schuss sterben. Aber Rehe nicht. Ja. Aber jetzt ist es tot. Wurde jemand, dass es rede auseinander, naja? Hallo? At my position. Go, go. Hallo? Wir haben grad, äh, beschäftigt. Ich mach mal was zu essen. Oh, sorry, Lena. Alles gut. Also ich hab keine Rüstung verloren. Achso. Und kein Leben. Ich glaub nicht, dass du mich gekocht hast. Alter, der kostet mich grad Rüstung. Ab mit dem Kopf. Der Königsmörder oder was? Ja. Die Frage ist halt, wenn man in diesen Bereichen, in diesen Bereichen irgendwie diese Hasenfallen bauen würden. Ob da auch halt Raccoons reinlaufen. Das weiß ich halt nicht. Das ist schon ein bisschen größer als Hasen, ne? Ja. Ja, aber da können, in diesen Fallen könnte ich auch Krokodile verfangen. Oh, guck. By the way. Die passen da nicht mal rein. Ja, ich weiß. Aber das Spiel meint, die würden da drin, äh, das würde funktionieren irgendwie. Frag ich den Spiel. Okay, die fressen die Leiche. Macht mal. Kann ich euch töten. Möcht jemand meinen Reh auseinander nehmen? Äh, Probleme. Ah, wir schaffen das. Alter, was hast du jetzt grad schon wieder für Probleme hier, ey? Blut. Du hast das zweite Mal schon Wildschwein gefunden, aber Wildschwein brauche ich nicht. Also, hier steht drin, Raccoons can be found most often in the open grasslands of the Peninsula. Was ist denn das schon wieder? Peninsula ist halt die Insel. Aber auch tagsüber. Hast du nur noch ein paar Steine oder so? Ja, dann sind wir wahrscheinlich ziemlich blind. Und ... ... ... ... ... ... ... ...